Hallo meine Lieben und einen quietschbunt vergnügten Urlaubsgruß von der Urlaubsinsel, auf welcher wir hier kürzlich mit Sarah gelandet sind. Wir sprechen natürlich von Miss Explosion Man, wo sonst könnte es ein quietschbunt pink vergnügter Urlaubsgruß sein. Ja, wir sind eben hier auf dieser Insel gelandet. Warum und weshalb? Ich habe keine Ahnung. Also aus einem, wie soll ich sagen, Entwicklungslabor zu entfliehen, das ist eine Sache. Warum wir jetzt hier plötzlich auf irgendeiner tropischen Trauminsel gelandet sind? Ja, weil das Spiel das einfach so möchte, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal, wir haben im letzten Part das zweite Level abgeschlossen und werden uns jetzt mal das dritte ansehen. Und vor dem vierten, ja, super, auf das freue ich mich jetzt schon. Allerdings, ich denke, dass auch das dritte wahrscheinlich schon nervig genug sein wird oder werden wird. Deshalb genug gelabert. Los geht's mit Sarah und Miss Explosion Man. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ach ja, okay. Level 3, 12, 2. Ja, guck mal alle weg. Oh, oh, äh, hallo? Ja, falsche Richtung, aber egal. Ähm, okay. Was haben wir denn hier? Eine bewegende Plattform. Karussell fahren, Karussell fahren. Okay. So, wohin, wohin, wohin? Okay, da rüber. Irgendwann. So, da unten ist auch irgendwo. Ah, nein, aber, äh. Oh, da sind Schalter, die kommt dann an den Schalterraum hier. Kann ich nicht hier fallen, was? Oh, okay. Ähm. Ja, du? Kommt da eine Plattform. Ah, und verschwindet auch gleich. Halleluja. Wohin, 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 wohin. Okay. Ah ja, okay. Ja, äh, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich mach einfach mal, ne? Oh, mein. Gott, wo bin ich? Oh, mein Gott, das kommt ja runter. What? Ach, die gehen hoch. Nein, 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 Quatsch. Ja, ja, die anderen gehen hoch. Oh, mein fucking. Gott. Es wär etwas merkwürdig, wenn eine starre Linie plötzlich runterkommen wird, ne? Die verdammten Plattformen gehen hoch. Was soll die Scheiße? Oh. Scheuer. Ja, super. Das sieht wieder nach einem sehr, sehr langen, äh, aneinanderreihung von Geschehnissen aus. Ohne jeglichen... Wow. Okay. Ohne jeglichen Checkpoint, wollte ich noch sagen. Grandios. Grandios. Da rette ich wunderbar mein Leben. Nur um dann... Blödsinnig... ...ins Verderben zu springen. Ich bin stolz auf mich. Ehrlich. Bin wahnsinnig stolz. So, okay, nochmal. Äh. Ha. So, wie war das jetzt? Wie hab ich das... Nein? Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Ah! Ja, äh, das ist mal wieder typisch. Beim ersten Mal, ne, nicht wissen, was, äh, zu tun ist. Und es klappt. Wenn man's mal weiß. Das versaut man sich jedes Mal. Das ist doch immer dasselbe. Immer dasselbe. Oh, den Song kenne ich nicht. Hab ich auch nie gehört. Also, ja, sicher schon mal gehört, aber... Was soll ich machen denn das jetzt? Ah, okay, 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 okay. Ich stehe da, wo ich stehen soll. Hoffe ich. Uah. Mein Gott. So. Also, Merke. So. Wait, what? Alter. Alter. Aber sonst geht's schon um... Oh mein Gott, da war ein Checkpoint. Gott. Alter. Das sonst hört gar nicht mehr auf. Ja, explodiert du mal in einem schönen, fleischigen, äh... Gedeame Berg oder wie auch immer. Ah, was freu ich mich gerade über den Checkpoint. Ach, 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 das Level und der Level will ich auf jeden Fall wirklich gut haben. So, okay, was haben wir denn hier? Naja, okay, ja, Moment, wie... Hä? Okay, geht's hier noch irgendwo hoch? Äh, oder? So schnell kann ich ja da nicht laufen. Nee, hier hab's nichts. Warte mal, wieso komm ich da nicht hoch? Aha. Okay, wofür war das jetzt für ein Laser? Oh, der läuft weg, hoffentlich so nicht irgendwo. Schön bleiben. Okay, ja, ich guck jetzt einfach, vielleicht sind wir mal wieder ein paar Schuhe. Mein Gott, wäre das schön. Das war das, das war Mandy, oder? Ach, nein, das war so... Leute, ich hab keine... Nein, was war ich denn jetzt da runter? Ich wollte doch nochmal nach, äh, rechts gucken. Äh, okay, also nochmal hoch. Also, wenn sie da, ähm, äh, skaten ist das für mich am besten. So, okay, jetzt hier rüber. Okay, das ist irgendwie... Ach so, ah! Äh, okay, Moment, das war's im Gewicht. Das hat jetzt was? Hat das jetzt die Barriere, du? Ach so! Und weg geht! Nein! Aha! Ah, 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 ah! Natürlich, ich vollidiot! So, komm ich, ja, komm ich da jetzt hier von unten überhaupt vorbei, ohne... Na ja, doch, ging. Ah, mein Gott. Ja, Mandy, tut mir leid, du musst dich auch wieder herhalten, aber das ist wie in der, äh... Das ist wie in der Schutzschutz, sagen wir es mal so. Ah, shit! Ich glaube, ich hätte nach rechts weg müssen, oder? Nein, das ist doch nicht ganz normal, äh, äh... Okay, jetzt hier ein Heldverfahren, komm. Verdammt. Stehen gebleibt! Ja! Ja! So. Okay. Und nach. So. Das ist natürlich noch einfacher gewesen, im ersten Mal auch, ne? Einfach gleich in die richtige Richtung gehen, meine Fresse! Aua, 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 lasst doch die arme Mandy in Ruhe. Ich hoffe, ich muss selbst noch... Ich glaube, hier war... Sehr schön. Checkpoint war auch mal wieder schön. Ah, wunderbar. Kann man hier irgendwas machen? Also es gibt ja auch angeblich, äh, alternative Ausgänge, also Level-Ausgänge, aber ich weiß, ich glaube, ich habe noch gar keinen gefunden, ne? Also zwei Paar Schuhe oder so, die ich gefunden habe, die ja auch nicht der Rede wert sind. Warte, hä? Okay, das ist, äh, verschlossen. Also zu. Darin frage ich mich gerade. Okay, Moment. Nochmal. Hier. So, einmal, zweimal, drei. Ah ja, okay. Alles klar. Oh, Moment. Erstmal Ausladen hier. Okay. Soll es gewesen sein? Oh ja, nein, 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 nein. Wow. Das ist aber auch ein schnelles Ding, ne? Das muss man... So, jetzt, komm. Jetzt aber. Okay. Verdammt. Lass mich in... Au, 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 au. Lass mich in Ruhe, scheiß Ding. Mann, Mann, Mann. So, wohin? Wohin, wohin, wohin? Ich sehe nichts. Das ist nicht, was ich machen muss. Echt nicht. Achso, eins ist... Ja, Moment, wie mache ich denn? Ich könnte jetzt wahrscheinlich den ganzen... ...wurz rückholen, das ist ja noch ein Schalter. Ne, also unter mir gleich. Aber hier kann ich keine, äh, Dingens anwenden. Das heißt, wie? Moment mal. Was ist denn das? Weil ich werde jetzt sicher... Ah! Muss ich dich vielleicht anpacken? Weißt du, was ich meine? Hier, der, der Knopf da, äh, der Button rechts. Aber wie komme ich da ran ohne meine... Da unten kann ich mich ja nicht explodieren lassen. Kann ich durch die Wand? Das wäre auch ein Bescheid. Oh. Ja. Leute, ich gehe jetzt einfach mal zurück, ne? Ich zeige, ich komme jetzt gar nicht zurück. Dann... Das sieht schon mal nicht, äh, nicht gut aus, würde ich sagen. Aber vielleicht kann ich das hier nicht nutzen. Dann kann ich das hier nicht nutzen. Ich kann ja nur dreimal explodieren. Verdammt. Moment, dann muss es hier irgendwie... Ja, wie soll ich... Einfach... Ich kann ja auch nicht durchlaufen. Ich kann ja... Ich kann ja nichts machen. Hä? Ich kann ja auch nicht direkt nach links... Ich kann ja auch nicht direkt nach links... Dann... Ja, das dauert zu lange, bis ich wieder... Äh... Exterminen kann. Naja, wobei... Ah, okay. Vielleicht komme ich da auch wieder zurück. Ich weiß zwar jetzt echt nicht, ob das überhaupt so gedacht ist. Aber... Ja, ehrlich gesagt, ne? Ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Wie ich, äh, an den anderen, äh, Button hier hätte kommen sollen. Ja, genau, jetzt komme ich nun viel weiter. Was mir, im Grunde, ehrlich gesagt, auch das Wichtigste ist, hier überhaupt weiterzukommen. Aber ich weiß nicht. Okay. Ach, da ist ein Checkpoint. Ja, wie gesagt, äh, Leute, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich... Bin ich jetzt einfach, äh, ein Stück, oder habe ich ein Stück umgangen. Ja. Weil die andere Barriere, die war ja nicht wirklich wichtig, sondern, äh, ich hätte da wahrscheinlich einfach rüber spazieren können, ohne da, äh, hüpfen zu müssen. Aber gut, Gott sei Dank hat so oft funktioniert. Funktioniert. Oh, Moment, das war nicht gut, ne? Achso, hier kann ich die... Bäm! Ähm, Mandy! Wobei, du siehst ein bisschen komisch aus, ne? Ein bisschen Voodoo-like, oder so. Oh, ich spiele das gerade. Ein bisschen komisch siehst du echt aus, aber, ey, komm, egal. Äh. Ach, das Level endet! Ah! Das Level endet! Ja, lieber rein hier, komm. 12 Minuten 40, also, das geht ja eigentlich. Hatte ich jetzt, äh, schlimmer erwartet, sag ich mal, oder? Aber hier, immer. Also, von daher, ja, nee, ist okay. Ist okay. Ja, liebe Leute, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen, äh, ja, gebackt habe, ich hatte nicht, ne? Es war einfach, es war ein verfügbarer Weg. Ja. Weil ich wirklich gestehen muss, also, sollte jemand von euch, äh, gesehen haben, wie ich da, äh, zu diesem anderen Button hätte kommen können, wie gesagt, da war ja so ein Kraftfeld, äh, in dem ich mich mit, äh, explodieren lassen kann, oder konnte. Echt jetzt, äh, keine Ahnung, wie das hätte funktionieren sollen. Weiß ich nicht, vielleicht müsste ich es mir auch nochmal angucken. Schuhe habe ich natürlich mal wieder übersehen. Klar, logisch, wie immer. Ich habe keine Ahnung, wie diese Scheißdinge sich verstecken. Ja, ist ja auch egal. Äh, wir werden uns natürlich beim nächsten Mal jetzt dann die... die vierte Welt, beziehungsweise das vierte Level in der zweiten Welt ansehen. Und, ja, das Ganze hat einen Totenkopf, äh, aufgemalt. Das heißt, es würde mich wahrscheinlich, äh, nicht sehr Schönes erwarten, ja. Aber, ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in diesem Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Und ciao, ciao.